Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity, es geht weiter meine lieben Freunde und ich würde sagen jetzt machen wir erstmal da weiter wo wir im letzten Part aufgehört haben, ich habe leider danach das Spiel geschlossen, deswegen bin ich jetzt wieder hier oben gelandet, das heißt ich muss jetzt nochmal in das Gebäude hinunter, wenn ich es jetzt auch direkt finde, das ist jetzt auch wieder so ein Akt, ach davon ist es ja genau, bis nach da, weil dort gab es ja so ein Rätsel was wir lösen konnten und das würde ich doch unheimlich gerne machen. Und nun ja, dann machen wir uns mal auf den Weg dahin und natürlich werden wir auch vielleicht bei nächster Zeit so ein paar Missionen hierfür machen, damit unsere Kasse erweitert wird, weil das ist ja glaube ich nicht schlecht, hier so eine Mission von der, aber erstmal begeben wir uns jetzt nach hier war das glaube ich, ne, und dann hier runter, ja genau, hier müssen wir runter, jetzt aber nicht weiter geradeaus, sondern nach hier. Hier, okay gut, ich habe weiteres Einkommen bei mir drin, aber es interessiert mich gerade auch nicht, sondern ich will nach hier, genau, akzeptieren und nachfahren. Es läuft bereits eine Mission, möchten Sie Ihre aktive Mission durch diese ersetzen? Ja, ich habe ja diese komische Mission mit, ähm, ja, so einer komischen Sache halt auf jeden Fall, mit so einem Brief, keine Ahnung. So, ähm, okay, gut, Anno 1561, immer wieder, blablabla, okay, jetzt will ich mich jetzt eigentlich nicht durchlesen, ihr könnt euch aber durchlesen. Ich scrolle jetzt gerade runter, immer Stück für Stück. Okay, bedeutet was? Das Symbol finden. Okay. Und wo müssen wir das finden? In der Nähe. Okay. Vielleicht hätte ich mir doch durchlesen sollen. Interagieren. Was ist das? Hm. Das Symbol finden. Gut, jetzt ist guter Rat teuer. Wo wir das denn finden werden? Und ich persönlich finde es blöd, dass wir immer so eine Art Fokus haben. Also so eine Dauer. Wie lange wir das einsetzen können und nicht die ganze Zeit. Ähm. Ja, okay, jetzt würde ich gerne schauen, äh, was wir denn machen müssen. Datenbank. Ähm, was haben wir denn gerade bekommen? Fallakten, darunter Steinbock. Äh, Hinweis ansehen. Okay, gut. Ihr habende Herrscher deiner Fassade sehen, versteinert den Hinrichtungen zu. Eines Tages wirst du zittern und beben, wenn dein Innerstes ein Raub der Flammen wird. Auf Karte ansehen. Da befindet sich das also? Markierung setzen. Heißt das, ich muss jetzt nach da, oder? Wie ist das gemeint? Aber hier stand ja, es befindet sich ja was in der Nähe. Das Symbol finden. Oder ist damit jetzt wirklich gemeint, dass ich bis nach da hinten muss? Eines von Nostradamus Rätseln ist in der Nähe. Faut drücken, um das Adler zu aktivieren, um es zu finden. Ja, also in der Nähe. Also für mich ist in der Nähe jetzt nicht, wenn das 419 Meter entfernt ist. Das ist für mich jetzt nicht in der Nähe. So wie ich das zumindest verstehe. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal, da ich ja nicht schlauer werde, werde ich jetzt einfach mich dahin begeben, wohin, ja sag ich mal, die mich schicken wollen. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen dahin. Weil anders finde ich es ja nicht heraus. Und dann werde ich jetzt mal dahin gehen. Ob es das jetzt aber ist, wo ich hin muss, weiß ich nicht. Also kann natürlich auch sein, dass ich mal wieder komplett auf dem Holzweg bin. Aber das bin ich in Assassin's Creed ja öfters. Das ist wirklich alles sehr verwirrend am Anfang. Muss man sagen. Das gebe ich zu. Okay, alles klar, wo sind wir gelandet? Hier. Jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Okay, die Markierung steht noch. Ähm, da kommen wir runter, genau. So. Gut, was findet da unten statt? Keine Ahnung. Und will ich da jetzt hoch? Ja, ich gehe über die, ähm, über die Dächer. Geht, glaube ich, schneller, als wenn ich jetzt über die, äh, Menschenmasse, durch die Menschenmasse laufe. Boah, das ist schon Wahnsinn. Da ich das ja jetzt in Full HD aufnehme, ist das krass. Also, das muss man schon sagen. Also, grafisch ist das Spiel schon eine Wucht. Auf jeden Fall. Also, es kann sich schon sehen lassen, muss man sagen. Vor allem, wenn man hier oben ist, auch die Weizigkeit ist phänomenal. Also, wie weit man wirklich sehen kann. Ähm, das gab's in keinem Assassin's Creed bevor. Also, einfach, weil die Grafik natürlich auch besser wurde, ist das jetzt hier viel detaillierter gezeigt. So, und jetzt weit entfernt sind wir nicht mehr. Können dann eigentlich auch direkt einen Aussichtspunkt machen. So. Weil nur so kann ich mir vorstellen, es kann natürlich auch in der Nähe gemeint sein, dass es halt in der Nähe ist. Ja, wenn für die 419 Meter in der Nähe ist, ja, bitteschön. Kann natürlich sein. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal nach hier, weil anders finde ich es ja nicht heraus. So. Okay. Oh nein. Ja, ja, kommt her, gut. So, den einen erledige ich schon mal so. Und der Typ frisst so saures. Oder ich frisst saures. So, komm her. Nixer, du konterst. Oder du schlägst mich nicht, ich konter eher. So. Das war's mit dir. Und ich glaube, der steht noch ein bisschen vor sich hin. Der darf auch erst mal sterben. Ähm. Okay. Ich glaube, ich muss nach oben. Aber da steht ja auch das Symbol finden und das ist das gleiche. Und daneben, neben dieser Schrift, das Symbol finden, steht genau dasselbe, wie, ähm, sag ich mal, hier steht. Das Symbol finden. Ja, ernsthaft, du musst nach hier. Es läuft bereits eine... Warte kurz. Hä? Steinbock. Ah, nein. Das ist ein anderes Rätsel. Ach, okay, Leute. Ja, ich verstehe es allmählich. Es ist also wirklich... Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Okay. Das sind wirklich so Rätsel, die wir anhand des Textes lösen müssen. Erhabener Herrscher deiner Fassade. Sehen versteinert den Hinrichtungen zu. Eines Tages wirst du zittern und beben, wenn er innen statt ein Raub der Flammen wird. Ähm. Bedeutet... Das muss mir mal einer sagen. Das erste Rätsel lösen. Na gut. Wie soll ich das herausfinden? Das ist wirklich schwer. Ne, Leute. Ich würde sagen, damit beschäftige ich mich nochmal... Äh. Also nicht offscreen, aber da werde ich, ähm... Offscreen mal kurz nachforschen. Wie... Was diese Rätsel auf sich haben. Also, wo sich das immer befindet. Weil ich möchte jetzt eigentlich diesen Part nicht damit verschwenden, das herauszufinden. Weil, äh... Das sind so Dinge, da schaue ich dann mal kurz nach, äh... Ne, worum es da geht. Also, was damit gemeint ist. Und das ist einfacher, als wenn ich jetzt, sag ich mal, 20 Minuten in dem Part, äh... Damit verbringe, das zu suchen. Ich finde es nicht. Und dann becutte ich erst und suche danach. Also, dann machen wir jetzt lieber was anderes. Und, ähm... Dann kann ich später immer nochmal, äh... Dann können wir das im nächsten Part mal machen. Dann kann ich euch aufklären darüber. So. So, super. Haben wir die Typen doch erledigt. Würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zum Aussichtspunkt da hinten. So, da ist wieder so eine Truhe. Die können wir eh nicht öffnen. Aber, eine gute Sache hat die Sache ja... Eine gute Sache hat die Sache, ja, genau. Super. Nein, eine gute, ähm... Sache hat das ja... Dass, ähm... Wir jetzt hier einen Aussichtspunkt haben. Und ich würde sagen, damit uns, äh... Von der Story her auch nicht so langweilig wird. Ich weiß, ich habe jetzt die ersten 10 Parts eigentlich... Relativ wenig gemacht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Heh, zweites Rätsel. Was? Asaira, Asaira, wird es erschaffen. Eine grausige Wendung durch Schicksal, sodass sie kein Licht mehr verbreiten, sondern viele die Hälse brechen. Was? Also, wie habe ich das jetzt durch Zufall hier nur gefunden? Geplant war das jetzt sicherlich nicht. Hm. Nun gut. Gehe ich mal hier hoch? Also, da ganz durchblicken tue ich noch nicht. Datenbank öffnen. Na gut, erstes Rätsel. Ja, es sind irgendwie diese... Keine Ahnung. Ich, ich, ich schaue Offscreen nach. Gehe ich mal kurz ins Internet. Und schaue mal kurz nach, worum es da geht. Dann bin ich danach schlauer. Und ihr könnt mir ja auch mein erstes Feedback geben, wie euch das gefällt, wie ich das so momentan mache. So von, äh, ja sag ich mal, den Missionen wird euch langweilig. Findet ihr es blöd, was ich mache? Dass ich manchmal ein bisschen unkoordiniert bin oder so. Oder ist das für euch in Ordnung? Ähm, es ist halt einfach, es passiert so viel drumherum in Assassin's Creed und Unity. Es ist halt wirklich eine große Neuerung, muss man sagen. So viel Neues, was es gibt, was es vorher nicht gab. Und, äh, ja, das ist halt schon anders, ne? Muss man schon sagen. Ähm. So. So, da ist, den Zivilisten beschützen. Natürlich beschütze ich dich. So. Sie haben 10 von 10 Massenereignissen, Bennet Ben. Sieht den ganzen Tag, so eine Belohnung zu erhalten. Super. Freue ich mich doch wieder. Einen maßgeschneiderten Lauerumhang. Oh, hört sich das schön an. Okay, gut. Dann schauen wir mal auf die Karte. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Assassin-Mission. Markierung entfernen. Markierung setzen. Macht ihr denn eine Markierung oder nicht? Hm. Komisch. Ähm. Ich würde sagen, ob hier hinten war irgendwo die Assassin-Mission. Ja, genau da vorne war sie, ja? Gehen wir mal da hin. Okay, alles klar. Hallöchen. Akzeptieren und nachverfolgen. Ja, das kann ich machen. Dann beweg dich mal. Ach so, und jetzt verstehe ich auch das erste Rätsel, weil wie das gemeint war. Weil hier ist ja wirklich der Galgen. Oder die Guillotine. Aber das will ich mir jetzt mal kurz anschauen. Oh, äh, hallo. Durfte ich hier nicht hoch? Ups. Ich bin echt genial. Ich muss die Frau gar nicht verteidigen und ich muss mich eher selbst verteidigen. Oh, Mann. Ich bin mal wieder... Die Krönung. So. Oh, Mann, Alter. Dieses Konter, das muss man echt erstmal... Da muss man wirklich so rechtzeitig sein. Ja, und dann wird auf einen geschossen. Das ist auch nochmal so unfair. So, und ich bin nämlich jetzt auch weg. Ja, gut. Zum Glück habe ich einen Heiltrank gehabt. So. Tö, wie die Frau versucht zu kämpfen. Das ist... Also, nicht, dass die Frau nicht kämpfen kann. Das würde ich jetzt damit gar nicht sagen. Aber ich finde es halt einfach witzig. Wie sie da auf einmal mit dem Schwert steht. Das ist schon ziemlich witzig. So. Nixer, Kollege. Du brauchst nicht auf mich zu schießen. So, den da legen wir auch noch. Blöden Musketen schützen. So. Ho, und wie die fast tot ist. Das sehe ich gerade. Alter. Du darfst weitergehen. Alter. Nicht durch diesen blöden Kampf, den ich angefangen habe, die ich fast umgebracht habe. Die ist ja selbst fast tot. Duchess de Fremier, heißt die. Gut, da vorne. Den Verbrecher töten. Können wir machen. So. Wie schnell erledigt. Man weiß ja nie, was die vorhaben. Verbündete werden angegriffen? Nee, eigentlich ja nicht. Oder ist er mit... Ach so. Damit ist der Typ gemeint. Na gut. Das war's mit ihm. Das ist noch einer. Wo? Das ist doch tot. Aber schick, du hast irgendwie so einen ziemlich schwarzen Lochrock. Weil, wenn du das weit wegschickst, ist das irgendwie unter deinem Rock weg. Aber Wahnsinn, so einen Rock will ich auch haben. Verbündete werden angegriffen. Und wo denn jetzt schon wieder? Ich seh grad niemanden. Okay, wahrscheinlich. Gut, ich ignoriere es jetzt einfach mal. Gut, kommt mal her. Wow, Alter. Oh nein, ich muss schnell zu der Frau gehen. Du, da ist die Frau in Ruhe. Hab ich die jetzt grad umgebracht? Ich bin so ein Genie. Ich bin so ein Genie, Leute. Was kriege ich in diesem Part eigentlich hin? Also, aber in Assassin's Creed habe ich schon immer so Parts gehabt, wo ich einfach nix auf die Kette bekommen habe. Also, dafür kennt man mich wirklich. Unfähigkeit in Person. Also, das ist Wahnsinn. Gut, Leute. Bevor dieser Part völlig ein Desaster wird, würde ich sagen, ich gehe jetzt mal kurz zu meinem Assassin-Hauptquartier und mache die nächste Hauptmission. Ich gucke gerade mal, wie lange nehme ich jetzt auf? Ja, 15 Minuten müsste das jetzt sein. Gut, da machen wir jetzt noch irgendwas. Und dann ist dieser Part nicht ganz verkorkst geworden. Also, Gott, 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 Gott. Nee, das ist, äh, haha, ja, schön. Weil sonst habe ich gar nichts geschafft in diesem Part. So, alles klar. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Unser Geld brauche ich noch nicht abzuholen. Wie ich jetzt dahin komme, weiß ich selber. Wir können einmal hier durchgehen. Und dann sind wir auch schon da. So, jetzt schreibe ich mal ganz kurz was, während das lädt. Okay, gut. Ähm, alles klar. So, äh, damit sind wir hier. Und jetzt gehen wir mal da hin. Wir können ja Bericht erstarten, dass sie wer tot ist. Haben wir ja eh noch gar nicht gemacht. Seit zwei Parts oder so. Wir sind einfach super. Inkompetent. Alles klar. Gut, erstatten wir dem Rat mal Bericht. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre-Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Siverr hatte in der Nacht von de la Serres Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thun. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Siverr traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine, der Rat entsendet dich zum Chor de Miracle. Finde dort den Templagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Alles klar. Damit haben wir jetzt also sozusagen eine Phantomklinge bekommen. Cool. Drücken Sie eins, um die Phantomklinge auszuwählen. Haben Sie dies ausgedrückt, drücken Sie für einen Reflexschuss halt ins Eck gedrückt, um zu zielen und drücken Sie links hoch zu schießen. Wer Gegner von Berserkerfeilen getroffen hat, geist ihn ihr Verbündeten an. Okay, gut. Ja, das kennen wir ja mit Berserkerfeilen. Alles klar. Super. Auf 1 können wir es also ausrüsten jetzt. Ähm, nun gut. Super. Damit haben wir einen weiteren Auftrag bekommen. Dem ich nicht abgeneigt bin. So. Schauen wir mal kurz. F anpassen. Fähigkeiten. Nahkampf. Wir haben momentan 3 Punkte zur Verfügung. Dann würde ich sagen, warten wir doch darauf, bis wir 4 zur Verfügung haben. Weil, ähm, wir dann nämlich, äh, relativ coole Sachen machen können. Nämlich zum Beispiel, warte, das war unser Nahkampf, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Meister der Stangenwaffen. Äh, was ist das? Okay, gut. Okay, gut. Das ist natürlich super. Einen tödlich, dass ein Gegner zum Boden liegt. Gnadenstoß. Meister der schweren Waffen. Okay. Okay. Was haben wir hier bei Schleichen? Die Fähigkeit. Ähm, 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 ähm. Ähm, ähm. Was haben wir hier machen? Das Grundsatz 2 Hertz scheinen wir eh erst, bald erst frei. Ausrüstung, Waffen, Ausstattung. Ähm, Kopf. Können wir mal schauen. Das war ja alles mal so teuer, glaube ich. Ähm, das ist schon in unserem Besitz, ne? Okay, das wird die normale Kutte. Das war ein bisschen... Ne, okay, das ist genauso wie die. Die bringt uns jetzt nicht viel. Die würde uns was bringen. Die bringt uns zum Schleichen mehr. Die Gesundheit. Aber hier haben wir was bekommen. Maßgeschneidungserlauerumhang. Wow. Okay. Das bringt uns ja einen ordentlichen Batzen in Gesundheit und Schleichen. Auf jeden Fall ausrüsten. Würde ich mal sagen. Ähm. Okay, verbessert würde das sozusagen alles nochmal ein bisschen erhöhen. Ähm. Brust, was haben wir denn da so schickes? Okay. Ähm. Schauen wir mal Schleichen. Das bringt uns viel auf Gesundheit. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber können wir uns nicht leisten. Oder? Doch, könnten wir uns leisten. Oder? Doch, könnten wir uns leisten. Ich finde, das sieht persönlich nicht schlecht aus. Das wiederum können wir uns nicht leisten. Das schon. Das sieht nicht schlecht aus. Maßgeschneidungserlauerumhang. Ein Maßgeschneidungsermantel, der aus dem Herrenhaus einer wohlnehmenden Familie geborgen wurde. Das ist nicht schlecht, Brust. Warte, was hatten wir jetzt nochmal am Kopf für eine Sache? Maßgeschneidungserlauerumhang. Ich wette, da gibt es dann auch bei der Brust was zu. Ähm. Ja, das ist der, ne, lungere Mantel. Hundertprozentig, da gibt es dann auch wieder was. Da gibt es bestimmt immer so eine ganze, äh, so eine ganze, ähm, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Eine ganze, äh, ein ganzes Set an Klamotten. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, fürs Erste wäre das echt nicht schlecht. Weil das geht nochmal wirklich auf Gesundheit. Ähm. Und das können wir gut gebrauchen, weil wir sind halt schon anfällig für Sachen. So, wo war das nochmal hier? Nahkampfpanzerung auf 9%, Werkkampf auf 8%, Gesundheit auf 7. Ja, doch, das erhöhen, das kaufen wir uns mal. Das ist schon gut, wenn wir das haben. So, jetzt schauen wir mal Farben, was es da so gibt. Okay, das sind also so, Art Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Manche Farben sind hier echt scheußlich. Wo gibt es denn dieses coole Schwarz einfach nur? Das ist ja kein Schwarz, das ist ja eher, wo ist denn da was Schwarz? Das ist ja eher Schwarz-Grün. Also das verstehe ich da nicht ganz. Ähm, das sieht nicht schlecht aus. Irgendwo muss ich doch was Schöneres geben als sowas. So, gefallen will mir das noch nicht alles. Hm. Das hätten wir noch. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das wählen wir jetzt mal ausrüsten. Jetzt sehen wir wenigstens mal ein wenig anders aus, wenn wir jetzt mal schauen. Doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, jetzt haben wir wenigstens ein anderes Oberteil, eine andere Kopfsache. Und, ja. Kann ich erstmal mit leben, würde ich sagen. Was ist hier? Okay, das ist nur die Rangliste, die man ja hat. Ähm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war es mit diesem Assassin's Creed Part. Im nächsten werde ich dann produktiver sein. Ich werde mich mal ein bisschen damit befassen, was es auf sich hat mit diesen Rätseln. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Assassin's Creed Unity wieder. Bis dahin. Vergesst nicht, eine positive Bewertung zu hinterlassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.